Für René Benko wird die Luft immer dünner. Er selbst hat einen Antrag auf Insolvenz als Unternehmer eingebracht. Lebt der einstige Milliardär also schon bald am Existenzminimum und wie viel Schuld trifft Benko höchstpersönlich bei der größten Pleite der österreichischen Geschichte? Unter anderem darüber spreche ich jetzt mit Finanzexperten Gerald Smurik. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ja, viele Menschen haben im Zuge der Signer Pleite ihren Job verloren in Deutschland, in Österreich. Ich erinnere nur an den Verkauf von Kika Leiner damals, aber das war offenbar nur die Spitze des Eisbergs. Denn irgendwie sind wir alle, also zumindest die Steuerzahler, betroffen. Aber wie genau? Lassen Sie mir vielleicht das Bild zeigen, was wir alle kennen, wenn unser Fünfjähriger oder unsere Fünfjährige einen Stein nimmt und in den Teich reinwerfen will. Der Stein ist jetzt relativ lang in der Luft gewesen und der Fünfjährige war halt die Politik, die die Rahmenbedingungen schaffen und jetzt hat es plums gemacht. Und so wie es immer ist, wenn ein Stein in den Teich fällt, dann ist er mal im Epizentrum, und das ist in dem Fall die Signer, unmittelbar betroffen natürlich der Eigentümer, der Herr Benko, wo jetzt gerätselt wird, wie viel Geld hat er noch, wie wird es mit ihm persönlich weitergeben, seine Vorstände und seine Aufsichtsräte. So, wenn man dann ein Stück weiter geht, wenn man diese schönen Kreise immer beobachten, wenn der Stein dann in den Teich gefallen ist, dann kommen als nächstes die Gläubiger. Aus heutiger Sicht sind die Gläubiger, die vom Risikoappetit getriebenen Banken, aber auch die risikogetriebenen Investoren, die sich hohe Renditen versprochen haben. Diese sind dadurch betroffen, dass man aus heutiger Sicht damit rechnen muss, dass man im schlimmsten Fall von den 12 Milliarden Euro, die hier angemeldet sind, rund 8 Milliarden Euro verlieren wird, wenn diese Treuhandlösung kommt und im schlimmsten Fall 11 Milliarden Euro weg sind. Und dieser Kreis wiederum führt dazu, nämlich zu uns allen, was machen die Banken daraus, wie verhalten sie sich in Zukunft gegenüber ihren Kreditkunden, wo kein großes Geheimnis ist, wenn ich dieartig hohe Wertberichtigung in Banken habe, also im Ausfälle und Verluste habe, dann wird sich das auf die zukünftige Kreditvergabe auswirken. Einerseits selber beschlossen, andererseits durch die Organe, die das beaufsichtigen sollten, Finanzmarktaufsichte und ÖMB, die wie leider Gottes immer viel zu spät dran waren, um hier die tatsächlich schlimmen Dinge zu verhindern, auch wenn sie sagen, sie haben eh viel verhindert, aber das ist heute ehrlicherweise für eine Schutzargumentation. Und dann sind wir auch wieder direkt beim Steuerzahler, nämlich die ganzen Corona-Hilfszahlungen, die sich mittlerweile auf 18,5 Millionen Euro hier hochschrauben, die auch noch mehr werden werden aus meiner Sicht, also am Schluss wird man bei 20 bis 23 Millionen Euro stehen, waren natürlich vollkommen umsonst. Das heißt, unser lieber Finanzminister, der immer gesagt hat, die Corona-Hilfen haben die Konkurse verhindert. In diesem konkreten Fall würde ich mal sagen, es wurde verschoben, aber nicht verhindert, so wie in vielen anderen Fällen. Das ist das eine, dann natürlich die Steuerstundungen. Das heißt, für den Steuerzahler werden wir am Ende des Tages irgendwo zwischen 50 und 55 Millionen Euro stehen. Das heißt, für uns alle, was bedeutet das? Ein hoher Steuerverlust, also viele Steuergelder, die umsonst geflossen sind und ineffizient verteilt worden sind. Und für uns als zukünftige Kreditnehmer und bestehende Kreditnehmer weitere Einschränkungen und ein weiterer massiver, schwererer Zugang zu Krediten, wenn es um unsere persönlichen Wünsche geht, wie Häuslbauer-Kredite oder sonstiges. Und schlussendlich, was für uns alle auch nicht zu vergessen ist, nämlich die Unternehmen, die hier einen massiven Imageschaden leihen, weil man natürlich den Eindruck gewinnen kann, dass Unternehmertum in Österreich nur mit Spekulation, mit zukünftigen Visionen verbunden ist. Und das ist aber nicht der Fall, weil 95 Prozent aller Unternehmen in Österreich arbeiten redlich, stehen um sieben Uhr in der Früh auf, arbeiten bis 21 Uhr, zahlen dann 50 Prozent Steuern, in der Hoffnung, dass sie einen Gewinn machen, was von der Politik momentan eher erschwert wird, wie erleichtert. Also Sie meinen, nochmal zurück zu den Banken, auch runtergebrochen auf Kredite, es wird schwieriger sein, die Banken werden Kredite nicht so leicht vielleicht in Zukunft rausrücken, wie es zumindest, es war ja jetzt schon nicht mehr einfach, überhaupt an so einen Kredit zu kommen. Wie gesagt, das, was uns hier jetzt auch auf den Kopf fällt, ist natürlich, dass Immobilien jahrelang als Veranlagungsklasse gedient haben und auch von der Politik gewünscht als Spekulationsklasse, weil jeder, der ein bisschen zu Vermögen gekommen ist, hat von seinem Vermögensberater automatisch die Empfehlung bekommen, lasst es ja nicht in Geld, investier in Gold und kauf noch eine Wohnung oder eine Zweitwohnung. Dadurch sind die Preise natürlich zusätzlich angestiegen. Also ich brauche jetzt im Grunde viel weitere Rahmenbedingungen, damit für Familien und für den, das letzte Mal habe ich Durchschnittsbürger gesagt, aber ich meine, der Bürger, der halt im Schnitt eine Wohnung sich kaufen kann im Leben, die Preise erschwinglich sind, beziehungsweise erschwinglich bleiben. Weil das natürlich diese Art der Veranlagung und dieses Geschäftsmodell natürlich auch dazu geführt hat, dass Preise für Immobilien ins Unerschwingliche gestiegen sind. Und das wiederum ist mitgetragen worden von den Banken, von den Investoren, aber auch vom Staat, der die Rahmenbedingungen gemacht hat. Und wenn ich vorhin dieses Bild des Kindes, dieses Fünfjährigen, der den Stein geworfen hat, dann meine ich hiermit dezidierte Politik, weil die hat den Stein geworfen, weil ausgelöst wurde es schlussendlich durch eine Geldmengenpolitik, die vollkommen aus dem Ruder gelaufen ist, EU-weit, durch eine Corona-Politik mit Lockdowns, die das Ganze dann nur verursacht hat und zur Inflation geführt hat, die die Konsumschwäche verursacht hat. Und das, was leider Gottes nicht passieren wird, ist, was ich mir aber wünschen würde, dass dieser Steinwurf nämlich nicht am Ufer endet, sondern eine Welle kommt und die Politik wegschwemmt, im Sinne von, dass sie ausgetauscht wird und endlich einmal Leute kommen, die das begreifen, was sie hier eigentlich verursachen und nicht in ihrer kleinen Luftnummer leben. Und das erlebe ich leider Gottes tagtäglich in Gesprächen mit Verantwortlichen, wo ich mich dann austausche, auch insbesondere durch meine kritische Haltung zu diesem Thema, die dann sagen, das ist ja alles gar nicht so schlimm, aber wenn man es dann durchgeht, müssen sie mir leider Gottes recht geben, aber es zählt in der Politik nach wie vor der Grundsatz, insbesondere wenn es um Krisen geht, Augen zu und durch. Und die Bevölkerung wird es schon nicht begreifen, weil es gibt ja jetzt den bösen Herrn Benko, der ist ja für alles verantwortlich, der wird mit Strafanzeigen eingedickt. Fakt ist, der Herr Benko ist, so wie ich es immer gesagt habe, wenn man Herrn Benko hasst, muss man auch diejenigen hassen, die dieses System ermöglicht haben. Und die, irgendwer wird es dann ausbaden müssen? Nein, das sind wir. Okay, das sind wir, gut, wir haben es jetzt angesprochen. Vielleicht lassen Sie mich noch dezidierter, ja. Wenn der nächste Kreditnehmer bei der Bank sitzt, also bei der Raiffeisen oder bei der Bank Austria und dann hört, es tut uns leid, in der Vergangenheit ist dieser Kredit zwar möglich gewesen, jetzt ist er nicht mehr möglich, dann möge das schon die KIN-Verordnung gewesen sein, allerdings auch mit Sicherheit die Risikovorsorge, die die Banken jetzt treffen müssen, weil sie dadurch noch risikoaverser werden. Und sie werden das jetzt nicht bei den Großen vom Risiko reduzieren, sondern bei den Kleinen. Sondern bei den Kleinen, obwohl es ja Anfang dieser Woche auch geheißen hat, dass seitens Banken jetzt ein Ausnahmekontingent leichter genützt werden kann. Ja. Da können Sie nur lachen. Nein, das Ausnahmekontingent von 10 Prozent hat es bis dato gegeben für Härtefälle. Das hat insbesondere eben die Regelung als solches, muss man ja sagen, ist vernünftig, dass ich mit 40 Prozent hier Rückführung machen muss, ein gewisses Einkapital haben muss. Allerdings, wenn ich eine sortige Regelung erlasse, dann muss ich auch die Rahmenbedingungen dementsprechend anpassen, weil dann muss ich halt die Steuerlast senken, insbesondere für Jungfamilien und sonstige Erleichterungen machen, damit ich ein Vermögen ansparen kann. Weil warum geht nicht jeder zur Bank und will einen Kredit für den Hausbau? Weil er nicht genügend Geld hat, obwohl er eigentlich gut wirtschaftet und genügend verdient. Aber der Staat überraschenderweise sie halt zwischen 25 und 50 Prozent von dem nimmt. Und das ist mit der KIN-Verordnung de facto ad acta gelegt. Für die Blase, Immobilienblase, war es die richtige Entscheidung. Allerdings hätte man die Gesamtrahmenbedingungen machen müssen. Und diese Sonderkontingentregelung ist im Grunde nur etwas, wo es den Banken jetzt leichter gemacht wird, diese Sonderkontingente leichter abzurufen. Also am Gesamten wird sich nichts ändern. Da bin ich auch bei dem Experten von WIFO, der gesagt hat, das wird jetzt kein Boom auslösen, sondern es wird so bleiben, wie es jetzt ist. Aber, wie gesagt, die KIN-Verordnung ist nur eines und das wird im nächsten Jahr darüber hinaus noch schwieriger werden, auch für Mittelständische, die bis dato eigentlich eine gute Bonität haben, wo dann noch mehr Fragen gestellt werden aus den Lehren von Signa. Ja, düstere Aussichten für die Zukunft. Kommen wir noch konkreter zu den Banken, die ja zuhaufe auf dieser Gläubigerliste stehen, in Millionen in die Projekte von Benko investiert haben. Auch kleinere Institute mit überraschenderweise größeren Summen. Aber was heißt das jetzt für die Geldhäuser? Gibt es dort auch Konsequenzen im Sinne von, dass man schaut, inwiefern hat man das abgewogen, dass man hier ein Risiko eingegangen ist? Gibt es hier sogar ein Köpferrollen womöglich? Also, wie gesagt, es gibt in den Banken als solches, also den Großteil der Finanzierungen, die wir analysiert haben, so wie beim Lamar, Kaufhaus Marie-Hilfer-Straße, sowie bei der Renngasse, sowie beim Park Hyatt, sind schon sehr viele Auffälligkeiten von einer hundertprozentigen Fremdfinanzierung, also so wie beim Goldenen Quartier, wo de facto 100 Prozent von den Geldern, die für die Investition waren, von Banken gekommen ist. Beim Lamar im zweiten Rang eine Bank Austria zu einem Zeitpunkt, wo man eigentlich schon wissen hätte müssen, dass das schief geht, die dann offensichtlich einen Großteil der Kredite wiederum an kleinere Institute abgegeben haben. Also da ist untereinander mit Sicherheit auch reger Diskussionsbedarf. Das, was man insgesamt sieht, dass die Banken hier durchaus alle, würde ich sagen, den Grundsatz, don't give credits by name, also nur weil er einen guten Namen hat, hier teilweise vernachlässigt haben und vielleicht einfach auch einmal mit einem Auge weniger hingeschaut haben, wie man es machen sollte. Weil, wie gesagt, auch wenn wir bei der Hypo-Varlberg momentan hier durchaus ein bisschen Analysen machen, wenn ich lese, die Kreditentscheidung vom Risikomanager ist, ich weiß, die Gewinne werden nur gemacht aufgrund von Aufwertungen, aber auf der anderen Seite, der Herr Benko hat ein unheimlich tolles Netzwerk und deswegen geben wir den Kredit. Das ist so, wie wenn Sie zu mir kommen und sagen, ich hätte jetzt gerne ein Million Euro. Sie haben ein Monatseinkommen, ich sage jetzt einfach einmal von 3000 Euro, ich sage zu Ihnen, das können Sie nie zurückzahlen und Sie sagen zu mir, ja, aber Sie kennen Gott und die Welt und ich sage dann, Frau Basching, ja bitte, da haben Sie den Kredit. Also das würde ich mir wünschen für meine Kunden. Auf der anderen Seite, im Schnitt hast du in der heutigen Aufbereitung per Kredit von einer Million Euro aufwärts eine Planung zu bringen, die Jahresabschlüsse zeitgerecht zu bringen, Sicherheiten zu hinterlegen und das alles ist hier teilweise, was marktüblich ist, doch sehr stark vernachlässigt worden. Weil, Sie haben es jetzt eh gerade angesprochen, jemand, der Rang und Namen hat, hat da jetzt wirklich eine Bevorzugung eigentlich bekommen, wird es rückwirkend? Soweit wir es, wie gesagt, ich kann nur immer auf das von der Aktenlage, natürlich wird jetzt argumentiert, damals hat das alles viel besser ausgeschaut. Ich werde auch sehr oft gefragt, wann hätten die Banken und Investoren es eigentlich wissen müssen. Meine Antwort dazu ist, spätestens im September 2021, weil da waren die Konzernabschlüsse von der Signer Prime und von der Signer Development, denen zugänglich, die es interessiert. Im Firmenbuch sind sie erst im März 2023 hinterlegt worden, aber da hat man im Grunde gesehen, wo die Reise hingeht. Wir haben das ja auch hier damals für die Krone analysiert. Damals haben wir immer dazu gesagt, unter der Voraussetzung, dass jetzt nicht ein massiver Anstieg der Einnahmen, aber das war mehr zum Schutz für uns, weil wir uns keine Klage hier einhaben, aber da hat man ganz klar gesehen, dass die Einnahmen nicht ausreichen für die Tilgungen der Kredite und schon gar nicht für die Rückführung der Genussscheine und für die Anleihen. Und ehrlicherweise, ich weiß, das ist für die Medien natürlich super toll, aber mein Mitleid mit den Investoren hält sich absolut in Grenzen und auch mit den Banken, weil schlussendlich deren Aufgabe es ist und sie professionell sind, genau dieses Risiko zu beurteilen. Kommen wir zu Benkos Privatinsolvenz als Einzelunternehmer, ist ja auch ein sehr spannendes Thema. Rechtlich betrachtet handelt es sich bei Benkos Antrag nicht um eine herkömmliche Privatinsolvenz, sondern wie gerade angesprochen Privatinsolvenz als Einzelunternehmer. Was bedeutet das jetzt genau? Er hat de facto den schlechteren Weg gewählt, weil der Unterschied zur klassischen Privatinsolvenz ist, dass hier die Gläubiger keiner Rechtsschuldbefreiung zustimmen müssen. Bei der Privatinsolvenz ist es effektiv so, man macht einen Vorschlag, so die Gläubiger können dann sagen, glaube ich oder glaube ich nicht. Und ich muss aber dann der Rechtsschuldbefreiung von 70 Prozent oder von 60 Prozent zustimmen. Hier ist es so, dass die Gläubiger auf 100 Prozent ihrer Forderungen bestehen können. Ich rechne auch damit, dass das nur der erste Schritt und in letzter Konsequenz auch der Benkos Privat an Insolvenz anmelden wird müssen. Die für uns spannende Frage ist, bringt das für den Steuerzahler jetzt irgendwas, diese Insolvenz, die ja de facto von der Finanzprokuratur erzwungen wurde? Meiner Meinung nach nicht, weil Benkos solches offensichtlich kein Vermögen mehr hat, auch keine Einkünfte mehr hat, weil seine Hauptinkunft Wahrheitssigner. Und der Zugriff auf das Vermögen der Stiftungen ist aus meiner Sicht ausgeschlossen, weil die Stiftungsurkunden eindeutig belegen, gemäß der hier notwendigen oder zu analysierenden Paragrafen, dass ein Zugriff der Masseverwalter nicht möglich sein wird. Aber Benkos selbst kann ja schon zugreifen zu seinen Stiftungen, oder? Ja, er kann auf das, was er an Einnahmen aus den Stiftungen bekommt, aber er kann auch relativ leicht sagen, okay, Entschuldigung, dann kriege ich halt kein Geld. Und er wird sich das sehr wohlweislich im Vorfeld überlegt haben. Und das, was man auch sagen muss, Benkos hat wahrscheinlich einen der besten Strafverteidiger sich wohlweislich bereits im Dezember letzten Jahres genommen. Also spätestens da wird dann schon eine Strategie entwickelt worden sein. Im Vorfeld, so wie der Konkursantrag gestellt wurde, auch jetzt mit dieser Treuhandlösung, üblicherweise werden solche Treuhandlösungen im Außergerichtlichen gemacht und nicht im Rahmen der Insolvenz. Und hier zeigt sich auch die Zerstrittenheit und die unterschiedlichen Interessen der Gläubiger, weil natürlich mit Herrn Grossnick, mit seinem Nahverhältnis zur Haselsteiner Privatstiftung, war das von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Und deswegen rechne ich auch nicht damit, dass diese Treuhandlösung jetzt funktionieren wird mit dem Ausgleichenden vom Herrn Abel, weil das einfach zu spät ist. Und es wird das Schlimmste wahrscheinlich aus meiner Sicht passieren, ich weiß, ich bin immer der Schwarzmaler, aber es ist halt mein Thema immer im Worst Case zu denken, dass die Gläubiger am Schluss maximal 10 Prozent bekommen. Und abschließend, dieses Geld, was hier verschwindet, weil der Herr Beschern das neulich gesagt hat, er geht davon aus, Geld verschwindet nicht. Das Geld ist ja nicht verschwunden. Der Wert der Immobilien ist einfach gesunken. Und deswegen ist das Geld weg. Und deswegen wird das Geld, das von den Gläubigern hier zur Verfügung gestellt wird und hier hält sich wirklich mein Mitleid in Grenzen, ausgebucht werden. Das, was bitter ist, ist, dass es für uns in weiterer Folge Auswirkungen haben wird, was den Kreditsektor betrifft. Was Sie vorhin schon angesprochen haben. Aber wie ist das jetzt, wie kann man sich das Leben des Herrn Benko jetzt vorstellen? Downgegradet. Downgegradet. Vor einem halben Jahr war er ja noch der reichste Mann, einer der reichsten Männer in Österreich. Das ist ja das Spannende. Vor einem Jahr, also wenn wir hier gestanden wären und uns über den Benko unterhalten hätten, hätte man gesagt, mein Gott, was hat er für ein gutes Leben, einer der reichsten Österreicher. Und innerhalb von einem Jahr ist hier nichts mehr. Es ist heute ein Ballon. Teilweise, weil er halt offensichtlich Dinge vorgegeben hat, die nicht da waren und teilweise, weil die Werte nicht mehr da sind. Und die Frage ist jetzt doch, ist der Herr Benko der Top-Zauberer, der allen, die den vermittelt hat, ich bin der Tollste, obwohl ich es nicht bin. Oder waren wir alle so leichtgläubig, allen voran die Investoren und die Banken, die das glauben wollten, obwohl sie es prüfen hätten müssen. Also wie viel Verantwortung liegt beim Herrn Benko und wie viel Verantwortung liegt bei denen, die das Geld zur Verfügung gestellt haben. Und hier insbesondere, was die Steuerseite betrifft, wie hätte das Finanzamt bei Kicker Leiner prüfen müssen, unter der Voraussetzung, wie sich diese Steuerstundungen gegeben hat. Und wie gesagt, was die Banken und Investoren betrifft, deswegen ist das für uns manchmal ein bisschen ein schwieriges Thema, weil das eine Welt ist, wo halt jetzt viele reiche Leute viel Geld verlieren werden. Allerdings, das Geld, das tut die anderen nicht weh, das ist ein mentales Problem jetzt für ihn, weil für viele Investoren, weil sie halt die Verzinsung nicht kriegen und das erste Mal in ihrem Leben tatsächlich eingesetztes Kapital verlieren. Bei den Banken ist es wiederum was anderes, weil da die Verluste in der Regel sozialisiert werden und wir das alle zahlen. Aber wie kann man sich das wirklich in der Realität dann vorstellen, weil die Signer war ja schon auch insolvent, da ist er noch herumgechattet und hat auch noch gelebt in Saus und Braus. Ändert sich das jetzt mit diesen Privatinsolvenz als Einzelunternehmer? Natürlich. Also das, was nicht passieren wird, ist, der Herr Benko hat glaube ich am 29. Mai nächsten Jahres sein, 50er, den wird er nicht mit Kreditkarte bezahlen und auch schon gar nicht im Fabios. Also hier wird es eine massive Einschränkung und Umstellung in seinem Privatleben geben. Und ich meine das gar nicht respektierlich, weil wir begleiten viele Unternehmer, die viel verlieren im Zuge einer Insolvenz und ihr Leben umstellen müssen. Meistens fremdverschuldet. Und das ist alles nur nicht schön. Die Häme hat man so und so. Und das ist natürlich auch für die Familie, den Kindern zu erklären, das passiert jetzt so und so. Also das tut schon mit einem Menschen was. Egal, was man vom Herrn Benko hält. Und ich will jetzt nicht der Verteidiger vom Herrn Benko sein. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass man für jeden Unternehmer, der mal was riskiert hat und am Anfang durchaus eine gute Idee hatte und dann halt wahrscheinlich vollkommen falsche Abwohnung ist, hier ein gewisses Verständnis haben muss. Weil wenn niemand mehr etwas riskiert und Unternehmer wehren will, dann schaut es halt in Österreich relativ schlecht aus und dann haben wir bald nur mehr große Konzerne, wo wir uns alle freuen als Angestellte, weil wir die Arbeitsbedingungen kennen. Zum Schluss noch die Schuldfrage, auch eine ganz große natürlich. War er de facto faktischer Geschäftsführer? Er war es ja nicht. Also Geschäftsführer war er keiner. Aber hat er im Hintergrund, so wie manche behaupten, dann doch die Zügel in der Hand gehabt? Wie einfach lässt sich denn diese Frage beantworten? Wird sich wahrscheinlich in ungefähr 10 bis 20 Strafverfahren jetzt dann durchziehen, wo immer diese Frage gestellt wird. Wobei zivilrechtlich es ja so ist mit seinem Konkurs, den er da jetzt angemeldet hat, die Haftungsfrage im Privaten ja schon geklärt ist. Strafrechtlich ist es dann nochmal was anderes. Gibt es hier die Smoking Gun, wo er tatsächlich irgendwo geschrieben hat, du machst das jetzt so. Weil ich bin de facto Geschäftsführer. Soll es so formuliert sein. Ich denke, dass er hier sehr schlechte Karten hat, weil die Stimmung massiv gegen ihn ist. Er ist jetzt quasi der Böse. Das stört mich auch, weil ich nach wie vor der Meinung bin, ja, er war derjenige, der das Ganze aufgebaut und verursacht hat. Aber ja, das System als solches hat es ihm ermöglicht. Und man darf schon nicht vergessen, er hat vor einem Jahr noch zwei Bundeskanzler, ehemalige Bundeskanzler auf seiner B-Roll gehabt. Er hat das Who is Who in seinem Aufsichtsrat gehabt. So, und die alle, die de facto gutes Geld bekommen haben, ja, und seine Berater, ja, haben hier aus meiner Sicht, ja, offensichtlich verwechselt, ein Aufsichtsratmandat mit einem Beratungsmandat. Oder er war so beratungsresistent, ja. Und der Herr Dr. Gusenbauer hat ihm dann tatsächlich gesagt, so pass jetzt auf, du darfst jetzt nicht hier in den Handel einsteigen, weil sonst drehte ich zurück. Okay, gut, dann mache ich es halt. Also das sind dann rege Diskussionen. Und da werden die Protokolle und die internen Unterlagen, die uns wahrscheinlich die nächsten drei Jahre beschäftigen, für Aufschluss geben. Am Schluss wird es meiner Meinung nach zu dem Punkt kommen, wo man sagt, okay, es war einfach das System falsch. Und das würde in Wahrheit geändert gehört. Nur die Politik wird das wiederum versäumen. Drei Jahre haben Sie jetzt angesprochen. Abschlussfrage, wie lange wird uns denn diese ganze Causa beschäftigen? Sind das diese drei Jahre oder wird es noch länger dauern? Aus Sicht der Medien, solange jeder Zeitungsartikel und jedes Video und jedes Interview entsprechend Niederschlag und Interesse bei den Lesern und bei den Zuhörern findet, wird es uns beschäftigen. Sonst wird es irgendwann mal ins Abseits kommen. Strafrechtlich und zivilrechtlich rechne ich damit, ja, zehn Jahre Minimum. Bis alles durch ist, weil es wird dann wieder Berufungen geben und wie gesagt, der Strafverteidiger vom Herrn Benko weiß ganz genau, wie man Dinge verzögert. Das ist auch sein Job. Und da ist er auch gut beraten. Es sei denn, es geht ihm das Geld aus. Dann wird es vielleicht schneller gehen. Herr Zmuck, danke für das spannende Gespräch. Gerne. Herr Zmuck, danke für das spannende Gespräch.